Hi Leute, oder hi Leute, aber es kommt zu einem Tag und an diesem Tag passiert ein monumentales Ereignis. Wir spielen wieder Minecraft, let's play. Tja, komm her du hättestes Viech. Die sehen aber auch aus, hätten wir ihnen 10.000 mal auf die Fresse geboxt, die Zombies hier. Egal, gucken wir mal, wie geht's weiter, wie geht's los. Ah, jetzt erstmal die Sachen wegbringen. Hier, zack. Sehr gut. Ähm, ähm, ja. Dann die Wines hier rein, nein die nicht, die hier. Die hier, drück mal da rein. Die raus, die raus, die rein. Und so weiter und so fort. Ja. Wenn ihr irgendein Thema habt, wo ich, äh, wir reden könnte, wo ich über euch reden könnte, könnt ihr jetzt gerne reinschreiben. Ich hab immer Lust auf ein neues Thema sozusagen. So, aber, davor geht's jetzt noch mal weiter. Gucken. Gucken. Genau. Hier nämlich. So, nein, böser Block. Böser Block. Nicht auf. Ja, drück ich jetzt da hin. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, eins, zwei, drei. Ich denke mal, das sind sieben. Also, eins, zwei, drei. Eins. Und eins. Zwei. Und drei. Ich hoffe, das ist richtig. Ich guck mal. Oh man. Ich niess muss, das ist immer so witzig. Wenn ich immer so komische Geräusche dabei mache. So, mal gucken. Und das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das ist perfekt. Sehr schön. Dann können wir hier eins hin tun. Und hier. Okay, nicht ganz. Aber fast. So, zwei hin tun. Obwohl, ja, warten wir erstmal. Erst nochmal machen wir jetzt den Rahmen fertig. So. Tag. Zack, zack. Hier nochmal ein und hier nochmal ein. Okay. Gut. Dann nehmen wir den Dirt in die Hand. Und platzieren den hier schön. Mann, Mann, Mann. Ja, wir sind doof im Platz hier gerade. So. Alles klar. Okay. Dann wollen wir hier noch ein bisschen Erde von hier. So. Sechs. Ja, sechs. So, zack. Soviel zu sechs. Ne, fährt's aber. Blöder Zufall. Na gut. Dann haben wir jetzt hier hier das Sechs. Und bisschen wieder. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Also eins. Hier noch eins. Na gut. Für jedes Zwei. Und das Eins. Also sieben. Geh, muss ich immer noch sechs sein. Kann mal sieben sein. So, sieben. Und zack. Loch. Und Tropfen. Hm, witzig. Der Effekt hat uns jetzt auch hier eingefügt. Und hier noch eins. Hm, ne, hier ist falsch. Hier ist falsch alles. Ah, ich legen. Böseligen auslegen. Mal auflegen. Ah, Moment, Leute. Ist ja gut jetzt wieder. Oh, ein paar Programme zumachen. Das zumachen. Okay, alles klar. Okay. Können wir weiter abbauen. Das hier aber noch nicht. Nö, das passt sogar. So. Oh. Oh. Ja, ich weiß, du bist sehr unnötig, Erde. Na gut, oder so. Okay, dann gehe ich mal weiter. So, ich gehe rüber. Und hier hoch. Ich halte die hier in die Hand. Geh einfach her. Und jetzt kann ich hier in Ruhe alles schön platzieren. Ach, ich bin natürlich kein Eimer dabei. Was für eine Überraschung. Aber egal. Jetzt überlege ich. Ähm, ja, soweit war es das sogar schon. Aber zwei Fakken hier nach. Und. Nur so für den Fall der Fälle. Nicht, dass hier noch was rüber springt. So, gut. Das ist erledigt. Dann holen wir uns ein bisschen Wasser. Und ja. Wasser holen. Und. 30 Sand. Ich weiß schon, was wir hier mitmachen. So. So. Wir haben ein bisschen Iron gekriegt. Und jetzt wollen wir uns noch einmal von unten. Na, einen Moment. Gumpo da. So, noch ein bisschen auf die Gesangsbimmel hauen. Ja, meine Ausdrücke war auch von jedes Mal zu jedem Mal schlechter. So, aber jetzt erstmal gucken. Also String habe ich jetzt wieder. Hop, hop, hop. Lag, lag, lag. Also String. Bauen wir. Okay. Okay. Einmal. Water Bucket. Und es geht wieder hoch. Jo. So, mal gucken. Da, da. Dann platzieren wir mal unsere Samen. Das klingt komisch. Das klingt irgendwie sehr komisch. Na ja. So. Weiter. So. Oh, da darf ich nicht reinfallen. Das wäre ein bisschen blöd, wenn ich da reinfalle. Ja, vielleicht auch ein Bucketman jetzt nehmen soll. Aber jetzt haben wir halt nur einen. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Oh, verdammt. Voll vergessen. So. Das wichtigste Loch ist ja in der Mitte. Das kann man falsch verstehen. Das wichtigste Loch ist ja in der Mitte. Ist aber auch irgendwie so. Das wichtigste Loch ist immer in der Mitte. Hm. Ja, ich denke schon, oder? Kennt ihr ein Loch, das nicht am wichtigsten in der Mitte ist? Hm. So. und hüpf. Und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Und Schuss Erde. So. Gut. Sehr schön. Und hüpf. Ich brauchte irgendwie mal einen Lavasee, wo war der nächste Lavasee, naja, so, wieder hier hin. So, das ist grad alles noch Zeit, bis ich da was ich brauche. Und so, ein Loch jetzt noch und dann sind wir, haben wir alles aufgefüllt mit Samen, obwohl die Löcher füllen wir ja nicht mit Samen, aber, hm, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was kommt durch die Let's Play, wer bin ich denn hier, und die zwei Zuschauer, die ich hab, weiß ich nicht stören. Zick, 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 zick… Okay, ich weiß, ich mache keine Ruhe, ich will abwohnen, aber so, ist auch egal, und Samen platzieren, Fail, Doppelfail, das war jetzt ungewollte, aber egal, so, gut, so gut, das sieht nach einer Nacht aus, oh ja, Nacht, ich gehe nochmal schnell ins Haus rein, lege mich mal schnell, lasst mich raten, die sind in diesem Loch hier drin, ja, genau, vor allem, weil ihr über dieses Licht auch spawnen könnt, guck mal, wie viel Licht hier ist, wie können die spawnen, seltsam, ich stelle jetzt selber noch ein paar Fackeln auf, dass die mir ja auch gar nicht mehr spawnen, ich würde sowieso würden die einfach direkt in meinem Haus spawnen, man, 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 nicht aufdringlich, ja, jetzt kannst du dich aber hinlegen, gut, jetzt geht's, so, gut schlafen, und, guten Morgen, Welt, morgen Tür, guten Morgen, Glasturm, ein Cookie, so, ist klar, ich muss gerade eine Idee, komme ich auch einfach in die Hölle geben, wenn ich Lava brauche, so, das mache ich, zack, 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 perfekt, und schon haben wir schöne Fenster, Dinger, so, einmal, zweimal, dreimal, und so hoch oben in der Luft, da kriegen wir schon ein bisschen Höhenangst, Höhenangst, Deutsch-Schrift-TV, so, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, okay, 1, auch rum, und so, und so, und so, hab ich die Reihe nicht schon, ich glaub, äh, ja, das war, blöder Fail, na gut, macht nichts, 1, 2, 1, 2, und hier, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, und hier, 1, 2, 1, 2, und da, hau ich hier in der Mitte nochmal weiter rein, vielleicht sieht das ja ganz gut aus, also, das ist Vollendung, hm, das ist so ein komplettes Glasdach, wenn ich Verbesserungsvorschläge, ich bin jetzt noch nicht sehr zufrieden damit, aber wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann nehme ich die immer gerne an, wo ich hier nochmal außen rum, so, 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 klick, ich hätte schon in der Tasche, ey, Klinker, 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 so, auf einmal hab ich mich jetzt gefragt, wie können wir das hier überhaupt möblieren, ja, möblieren, mach ich jetzt so einen Magisterturm, oder wie, so, dass ich meine Verzauberung und so eine Tränke und sowas mach, also, ob ich da jemals dazukommen würde, aber egal, äh, 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 hör auf, Junge, Moment, ich jetzt fast abgebohrt hab, ja, okay, ist gut, ich hab's verstanden, bist zufrieden, wird, da geht's, so, schon flüssig, ich will ja noch eine Reihe am liebsten machen, aber, das wird knapp, das ist immer richtig cool, ach, egal, das passt schon so, so eine Decke ist gar nicht, das sieht eigentlich scheiße aus, wenn dann rein aus Wolle würde ich die Decke machen, aber, jetzt hab ich die da ja nicht gewohrt, Wolle, oh, deine Mutter, du blöder Kack, so, okay, jetzt ist aber gut, zu den drei anderen Kanten, also, ausging da vor meinem Turmoberfläche, da kann ich ja irgendwas drauf bauen, das weißt du noch nicht, was ich da noch mach, so, erst mal sieht das doch nicht schlecht aus, doch, ich bin sehr zufrieden, doch, doch, aber, stopp, ha, das sieht doch gut aus, finde ich, ach, genau, da können wir das jetzt den Decke anbauen, so, so, fail, so, oh, und hier, nein, ja, So, äh, das Ding. Na, ist ganz toll. Okay, und dann noch in die Mitte hier. Perfekt. Das ist ja auch mit dem Boden. Gut. Jetzt überlege ich hier noch. Meine Werkzeuge sind alles außer die Achse komplett kaputt. Oder fast komplett kaputt. So. Das ist gefressen. Das hier rein. Okay, jetzt fällt uns aber ein Glowstone. Wo tun wir den rein? Naja. Das hat sich jetzt aber gelohnt. Piss dich. Ja, wo können wir denn hin tun jetzt? Mann. Ja. Das wüsste ich jetzt auch gern. Wo kann ich jetzt den Glowstone platzieren? Das sieht im Boden bestimmt auch gut aus, wenn ich das jetzt hier so... Dann kommen mir bestimmt noch mehr Ideen, wie ich das hier alles verzieren kann. So. Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder runter. Was ich mit dem Glowstone machen soll, glaube ich. Immer noch weiß ich immer noch nicht. Ah, ich habe jetzt auch noch eine Idee, was ich noch mache damit. Ja. Hepp. Leck, leck, leck. So. Gut. Oh, hier habe ich jetzt eine Verwendung von Glowstone gefunden. Außer wo ich mit diesem einzelnen Glowstone... Vielleicht beleuchte ich mal das Portal. Dann habe ich sonst nichts zu tun. Oh. Ja, ich liebe dich auch, ey. Jetzt springt da ins Loch. Wo soll ich denn jetzt... Wo soll ich denn platzieren zur Hölle? So, dass wir irgendwie gerade den Kopf zerbrechen. Da. So. Gut. Die Verwendung von Glowstone gefunden. Und da können wir jetzt auch weitermachen. Weil... Irgendwie... Darum... Ja, das ist so... Das ist so einfach. Gut. Dann können wir das Ganze jetzt wieder reinpacken in unsere Kiste. So. Kiste, Kiste, Kiste. Glass und Glassplates. In die Kiste kommt noch ein Glowstone. Und in die Kiste kommt die Wolle. Okay, so weit, so gut. Hier haben wir noch ein Swerd. Das ist gut. Das ist gut. Dann müssen wir vielleicht mal in die Hölle reingehen. Für ein bisschen... Dann machen wir uns mal den hier schnell voll. Aber irgendwann holen wir uns... Ah, holen wir uns eigentliche Eimer. So. Einmal. Alles klar. Ab in die Hölle. Muss ich mir halt irgendwie Weg runter bauen in die Lava rein. Zur Lava. Beziehungsweise in die Lava rein. Wäre irgendwie doof. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Hölle aussieht, wenn wir jetzt eben... Gut, dann geht's jetzt ab. Ab in den Nähter. Ciao. Tschung. Ha, hat der Nähter jetzt eigentlich auch so eine komische Wand, so wie die echte Welt bestimmt, oder? Ah, cool. Genau. Jetzt habe ich hier so eine Halbburg. Ui, ja. Fett. Habe ich dich, du Kackviech, du? Haha. Ist doch gelacht, ey. Netherrack. Ich schaust drauf, Netherrack. Jetzt sieht das wenigstens auch eine Hölle aus. Oh, ich dachte, so ein Wannabe-Teil. Na gut, jetzt gucken wir mal hier runter. Lass das durch. Na. Hm. Oh ja, du Kackviech, zerstör mich. Oh, Mann. Hm. Die müssen ja eigentlich unendlich brennen können, die Netherracks, ne? Aber bevor der ist hier. Oh, der fängt an. Zerstör meinen Weg, genau. Gut. Aber irgendwie muss ich mich jetzt hier auch runterbauen. Gott, das ist jetzt nur übring, wenn ich jetzt da auf einmal kein Ding mehr habe. Na toll. Jetzt habe ich so eine Träne. Von einem Kackviech. Ich habe jetzt die Träne. Die Schnauze, du. He. Nicht, wenn ich es nicht kriege. Oh. Das war knapp. Nervt mich doch nicht. Homo. Du Homo. Hm. Kompliziert. Kompliziert. Wie komme ich da runter? Hm. Jetzt gehe ich erst mal wieder durchs Portal zurück. Ach, du bist hier so. Hehe. Hey, komm doch her, du Schwanz. Es ist zu spät. Ups. Hm. Na ja, gut. Ich habe jetzt Verwendung für die Gammelpfeile gefunden. So. Dann geht es wieder ab nach oben. Warte mal, das kann ich ja probieren, das ist mit denen. Das wäre jetzt ja nur blöd, wenn die Hacke und das Ding jetzt ausgeht. Aber egal. So. Aha. Ö. Okay. Schnauze. Du. Du Sack. Ah, 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 ah. Hör doch auf mal zu lägen, du. Du blöde Sau. Ist ja gut, jeder. Okay. Sie können jetzt aufhören zu lägen. Danke, PC. Danke, habe ich gesagt. Geht doch. Schnauze. Das ist doof. Ich kann mich von unten ja hochbauen, aber... Na ja, andersrum ist es schwer. Hm. Ja, das ist jetzt doof hier. Ach, fuck. Ich müsste mich wieder einen Sprung hier wagen. Das könnte ich eventuell... Ah, ich muss einfach so. Äh. Püff, und mein Wasser ist weg. Das war jetzt, äh, ein richtiger Fail. Was für ein, äh, das habe ich jetzt hier angegriffen, oder was? Das ist wie verarschen. Aber, ich kann ja nicht so machen. Und das war's. Okay, wir müssen die anders, anders mal probieren. Lass, lass mein Heim in Ruhe. Wehe. Pissig, Flamme. Halt die Fresse, ja? Du hässliche Scheiße. Mann, ey. Wie geil. Das muss ich jetzt nicht mehr schließen. Dass es sich hier gar nicht mehr auf die Idee kommt, irgendwas reinzubomben. Was für, äh, wenn du mir deine Mauer wegbombst, ja? Dann musst du so bei mir in der Logikheitsskala nach unten durch. Zack, 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 zack. Oh, hier ist es geschafft. Jetzt hier weiter, hier so, dann so, dann so. Oh, ist es geschafft. Ui, ui, ui. Ich muss ja schauen, dass ich mir meine Treppe nicht wegbomb. Die Kacke, ey. Oh, 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 oh. Was zur... Hörschnauze. Hörschnauze, du Sau. Du sitzt mal ganz still hier. Ist ja immer gar nichts zu melden. Was ist du denn überhaupt? Wusst nicht, ihr seid nicht gut. Ihr seid einfach nicht gut. Ihr Wannabees. Das Ding verbrennt da unten Na ja, gut, das kann noch gar nicht brennen Das mache ich mir Da habe ich mir zu großen Sorgen Oh, willst du mich angreifen, oder? Tja, gib mir dein Gold Gold und da geht Sicke Komm mal her Du krangst vor dir Gib mir voll widerliches Fleisch Ah, 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 geh weg, geh weg, geh weg Jetzt da Komm, fight me Ja Aber seid ihr nicht mehr so toll So, ich verpisse mich jetzt hier aus der Neter-Welt Dann Ich habe noch etwas Besseres zu tun Als mich betestet, sich ein Schwein zu schlagen Okay So, jetzt überlege ich erstmal, was mache ich denn jetzt da drüben Okay Dann lief ich mal den Nether Und ab nach Hause hier So Ah, hier ist wieder Nacht Gut, ab nach oben Oh, bis wir sehen die Karte aus Was ist da? Achso, ist die Bock Okay, dann gehe ich jetzt mal hier rein Nachher gutem Portion Schlaf Ah, und eventuell ein Ghost hier So, rein damit Diamond Dann gucke ich hier eben Bricks brauche ich eigentlich hier nicht Die tue ich dann da rein Also wie den Netherrack, den ich jetzt habe Und die Diamonds verarbeite ich zu einer neuen Spitzhacke So Dann haben wir Spitzhacke Dann muss ich jetzt zurück Und Rotten Flash Und dann habe ich jetzt hier noch Ein bisschen was Für nochmal ein paar Spitzhacke So Sehr gut Spitzhacke Spitzhacke Und deshalb muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe Demo geht schon wieder unter Aber das ist mir jetzt eh warm Wollte ich eh gleich wieder ins Portal gehen So So Ab rein Hopp Ich brauche jetzt nur eine Axt Jupp Erstmal eine Ah, verdammt Ich hätte noch neues Wasser Ah, blöd Aber das kann ich immer noch machen Oder? Ach, egal Jetzt mache ich erstmal so Und das Wasser geht immer noch Schwein Tja, ich habe keine Chance gegen mich Immer noch nicht Wo ist denn das jetzt? Ach da Wie jetzt? Von hinten oder was? Gebe mir eine Goldnugget und verschwinde Ah, aber Lust zu essen Oh, ich nicht Hey, was soll das? Piss auf Böse Kackteil Zeug Ja, hier Steak Naja gut Halt nicht Genau Und jetzt muss ich hier Den Sprung wagen Das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm Aber Oh, das ist ein Dreckszeug Oh mein Gott, ich will hier nicht runter Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Komm, heil dich, Leben Heil dich Heil dich, Leben Piss dich Piss dich Piss dich Debris, weil ich keiner mag Boah, das war knapp Ui, ui, ui Uff, erleichterung Okay, wo ist jetzt der Ausgangspunkt Das war doch irgendwo hier, oder? Oh, verpiss dich doch mal, du blödes Zeug Geh mir durch das Feuer Irgendwo ist das Loch nach oben Oh, hier eben Kann man das Das kann ich doch Ja, das kann ich auch mit dem Abbauen Gut Weg damit Jetzt muss ich gucken Da oben ist das Loch Genau So, jetzt da Baue ich mich irgendwie hoch Zum Loch Boah, das war gerade richtig knapp Vielleicht helfe ich mich Ich muss ja auch Rüstung anziehen Warum geizt mit dem Zeug Das kannst du eh in Unmengen So, jetzt baue ich mir eine Treppe hier nach oben Okay Boah, jetzt singt das schon ja an, ey Das ist bloß in Ruhe, Kacke, immer Aua Ach, ist doch eine Kacke, ey Heil mich Heil mich, Mann Geht doch Heil mich essen Heil mich Das ist so ätzend Kann ich in Ruhe bauen Hier Rot baue ich mal von hier Zack Zack Vor allem hier, dass wir Anfeuern Hier Die ziehen mir nochmal einen Arsch wund, ey Uiuiui Darunter fallen will ich jetzt ganz sicher nicht Ja, flieg in den da Äh Da Genau So Dann so So Da oben ist zerstören Ach, verdammt, das war ja mal eine Treppe Kacke Dämlich Dämlich So, hier So, so, so Oh, jetzt habe ich hier die Treppe zerstört Oder Ja Gut gemacht So, ist es endlich richtig Ah, laggy, laggy, lag Ja, okay, du kannst wieder aufhören zu laggen Ich habe es verstanden Interessant, wie die Oberfläche aussieht von diesem Gut, das habe ich hier Jetzt ist es mein Hier Uiuiui Ach Ich kann die ganze Zeit schon hoch Na gut Jetzt gehe ich erst mal zurück Und hole mir eine neue Ausrüstung Und Wasser Und Effekt Ausrüstung und Wasser Budung, Budung So Und hoch So Was bist du denn, ey Haha Ach, egal, ich gehe einfach So Ab da rein Da müssen wir noch ein Flash fressen Okay Dann Lass hier rein Und Ja, das war es erst mal Gold Nugget Zack Ich sag nur Haha Okay Aber das kann man da immer noch machen Wo wir lustig sind Also Dann Ähm Haben wir Das hier Das hier Ah Fail Und das hier Gut Alles anziehen Alles anziehen Oh ja, sehr gut Dann Hauen wir uns mit den Buckets noch Müsli Nee, einfach nur ein bisschen Wasser Lieber euch auch Kakteen Oh, vier Eimer, das müsste reichen So Jetzt gucke ich gerade Hab ich Was hab ich eigentlich für Achievements Hier mit am Holz Hier mit am Holz Also im Grunde hab ich das ja schon alles Habe ich ja Äh, das hab ich noch nicht Ach, scheiß drauf So, ab in die Hölle Ja, okay Also was wir jetzt für Abenteuer in der Hölle erleben werden Oder ob wir einfach in den Lauer fallen und kläglich verrecken So, schwubelabub Jetzt gehen wir zurück In die Hölle Na, jetzt ist er aber am Längen hier Komm, go, go, go So, ich muss noch was kaputt machen Ich werde jetzt noch was schließen Ähm, okay Ich weiß auch nicht, was jetzt los ist Jetzt da Öh Was dachte ich kurz So Stopp Ham, 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 ham So, und jetzt wird's gerannt Keine Viecher, ne? Ne, das sieht gut aus So weit, so gut Okay, wo ist unser Loch? Da Das markier ich mal kurz So, Loch markiert Und los geht's Nicht wirklich, oder? Ach, das wird schon alles heil sein Ich betreue jetzt einfach mal ganz drauf Dass ja alles heil geblieben ist So, hier runter Ich werde jetzt euch einen Typen schlagen Na, du Schnauze, du Ist gar nichts zu melden Oh ja, Armee Ja, ich schlachte euch jetzt alle ab Na gut, sind die wirklich nicht Aber Es sind viele Ich weiß nicht, wie viele überhaupt Oh ja Das sind wirklich Das sind wirklich sehr viele Einen Block Oder bringen ja irgendwie Gut Hallo, hallo, hallo Und hallo Vollstück Gut So, und jetzt da Zum Lavasee Ja So, gucken wir mal Was sich da machen lässt Aha Okay, gut Stopp Okay, jetzt muss ich überlegen Jetzt muss ich überlegen Jetzt muss ich überlegen Jetzt muss ich überlegen Da hinten ist was Aber ich komme da nicht mehr schnell genug raus Okay Wie mache ich das jetzt? Fuck Shit, shit, shit Ich kann jetzt da nicht raus Oh, verdammt Wieso muss ich mich mit den Viechern anlegen? Okay Irgendwas muss ich jetzt machen Kacke, Leute Das darf jetzt nicht wahr sein Ha Überleg, was kann ich jetzt tun? Ha Ich bin gleich wieder da Ich check das kurz aus Ob ich das irgendwie hinkriege So, Leute Wir haben es geschafft Also, ich habe es geschafft Ich bin aus diesem Scheißwasser Wieder rausgekommen Lass mal was essen Und ja So Du Scheißviech Hör auf mich zu stressen Wie ich das jetzt gemacht habe Ich bin einfach Ich wollte jetzt einfach nicht sterben Weil das ist ja doof gewesen Tut mir jetzt zwar echt leid Aber Das war jetzt einfach zu doof Unnötiger Tod halt Und deswegen habe ich einfach schnell In Creative Mode gewechselt Und ja So Habe ich schnell in Creative Mode gewechselt Und habe da weiter Gemacht sozusagen Also habe mich dann Was habe ich weiter gemacht? Ich habe schnell in Creative Mode gewechselt Und bin nur kurz aus der Lava rausgeflogen Und ja So Ich bin gleich wieder da So wieder da Ähm Okay Dann kann es jetzt weiter gehen Jetzt passiert Wie ich das mal So kriegen Ohne dass sich irgendwie Von hinten in die Lava stößt Ah Hier ist gut So Boah Ewa Das war jetzt vielleicht ein Stress Oh Mann oh Mann So Dirt Zwei hoch Und oben drauf Kabelstone Warum seht ihr gleich? So Dirt wieder abbauen Na okay Anderen Dirt brauche ich jetzt auch nicht mehr So Okay Und jetzt dann nehmen wir das nämlich Und bitte bitte macht das Das geht Nein Ich kann hier überhaupt nichts in der Hölle platzieren Oder So als ich war Äh Achso Ich muss halt einfach nur mit hoch Ah okay Das geht natürlich auch Dann mache ich es halt so rum Erst mit hoch nehmen Dann löschen Hm Schade Naja Okay Alles klar Oder halt so Okay Gehen wir mal wieder hoch Äh Und raus Ich bin zwar noch ein bisschen mehr verrührt Wegen dem Was gerade passiert ist So Ein bisschen Scheiß Da mal Verbrennt Hier überall Was ist das für ein Loch? Äh Das mache ich lieber mal zu So Okay Scheiße Ja loswerden Und dann gehe ich mal wieder hoch Wisst ihr? Oh Gott Die ganze Kacke jetzt hier So Alles klar Okay So Ähm Ja Verdammt Brauche ich mal einen Weg hoch So 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 Okay Und ab nach oben Und raus hier Das ist immer wieder eine schöne Lektion Wenn ich hier hingehe Ah komm Gut Gut Und hochklettern Und alles klar Jetzt bin ich hier Dann geht es hier weiter Schnell klettern Dann leben Wie sie Viecher machen Voll die Nerven Na gut So Geht es jetzt hier weiter Schnell da mal schnell rein So Dann da rein Dann hier rein Und ab Ins Portal Yay So Und Ja Ich will nach Hause Zu Mami Ich will nach Hause Ganz nach Hause rennen Auf zu Mama So Gut Jetzt habe ich einige Lava Buckets auch ein Habe ich vergessen zu füllen Geil Ist mir jetzt echt wurscht Ist mir jetzt wurscht Okay So Als nächstes So Okay Jetzt sind wir hier nämlich eine weitere Etage hier So Komm 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 Hau rein So Einmal rein Okay Gut Sandstone Wenn ihr euch jetzt fragt Was in diese Etage reinkommt Das werdet ihr gleich sehen So Das mache ich nämlich jetzt hier so Ähm So Ich will dann nach oben fahren Alles klar Dann hier Die Lava rausholen Ach was habe ich den äh Weitere stone Dann wird uns ein netherrack Noch hier rein Okay Dann Das heißt nächstes Ach genau Und jetzt stone hier raus Sandstone Gut Und hier Alles klar Dann Zack 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 Zwei Start Fackeln Wie immer So Zack Zack Und hier oben Die Decke Zack Zack Okay Das muss man immer gucken So Und hier werden nämlich alle mit Sandstone ersetzt Sondern Okay Mal gucken Zack Und Okay so Erstmal Und dann Haben wir noch eine Ebene sozusagen Alles klar So Dann machen wir das nämlich hier Und das da So Und das da Und hier so ein Und da nochmal so ein Und so ein Wow Das hat mich jetzt ganz schön erschreckt So kluck Auf einmal Na gut Zack Alles klar So Und so Upsa So Und so Sehr gut Dann Hier so Und hier so Und hier so Und jetzt zeige ich euch was ich euch meinte Aber dafür musste ich jetzt erstmal einmal Wasser holen gehen Ich Vertau Irgendwie dem Nicht so mit dem Lava spritzen Aber ist ja auch egal Weil das ja alles verbrennt Das ist halt passiert Achso Wenn wir keine Nacht Das So Dann gehe ich mal einen Eimer Wasser holen Und dann mache ich mir ein bisschen obsidian Okay Jetzt Auf Ich möchte mir vorstellen Dass der eine sein Wolkenpalazzo Ja Wie es so edel klingt Hätte ich mich anders vorgestellt Als die gammelige Wolkenburg Die ich da gemacht habe Naja So Sehr schön Gut Okay Das können wir jetzt abbauen Alles klar Dann bauen wir mal das obsidian ab Das dauert natürlich wie immer Eine ganze Weile So So Ja obsidian Raus ganz lang zum abbauen Das kennen wir ja So So Und ein letztes Komm Gut Okay So Da tun wir jetzt dann Die letzten zwei Lava Buckets noch rein Zack Zack Und Dann verabschiede ich mich Tschüss Lava Buckets So Gut Dann Schnappe ich mir zwei Diamanten Da Diamant Diamant Und Dann brauche ich noch ein Buch Japp Wer brauche ich diese hier Ach verdammt Brauche ich noch eine mehr Okay Na gut Gehen wir schnell hier eine mehr holen Das dann hier anbauen So war das gerne Ja Drei Papiere Und Dann Wie ging das mal ein Buch Verdammt Moment Leute Ich schau schnell wie ein Buch geht Ist immer wieder da Jetzt habe ich es Zack Buch Okay alles klar Und jetzt da Buch Hab 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 Und Zack Zack Yeah man Enchantment table Bam Okay Ich musste woanders platzieren Aber wo kann ich den platzieren Die Frage ist Alles ist so Ich weiß gar nicht wie es heißt Dämliches Wort Wenn ihr mal aufpasst Meine Welt ist komplett Symmetrisch 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 Genau Symmetrisch Man kann es genau in der Hälfte durchschneiden Das würde genau aufgehen Okay das ist jetzt auch nicht mehr symmetrisch Dieser Raum Der ist nicht ganz symmetrisch Aber Da mache ich mir keine Gute Sache draus Aber warte mal Da fällt mir da was dazu ein So so Und Guck mal Kolika Verdammt Gut Verdammt Ich weiß nicht wie ich das Hm So Ähm Jetzt da Jetzt glaube ich jetzt erstmal nichts Nein ich brauche jetzt was anderes Ich brauche jetzt Tut mir leid Aber du musst vernichtet werden Okay Ähm weiter geht's Um wieder gehen Zack Bevor das Ganze jetzt nicht zu lang wird Muss ich ja mal ein Ende bereiten Aber Hau mal das rein Hau das hier rein Geisterträne Und dann werde ich das hier irgendwo platzieren müssen Denken wir uns was er nicht mehr asynchron ist Äh was er nicht mehr symmetrisch ist Ich weiß nicht wie so genau da aber Okay Gut Was haben wir denn hier Diamond Pickaxe Ah ja Was zur Hölle Ich hoffe das Ding geht nicht irgendwie kaputt Das ist nämlich Ganz schön viel was da drin steckt An Materialien Ach egal Einfach nicht so viele Sorgen machen So Genau da brauche ich das neue Schwert Und ja Was eigentlich Erstmal nur das Schwert Ja lauf doch Lauf zu du Und du Hallo Schwert Oh ja Was kann ich jetzt da alles kaufen Ich probiere jetzt irgendwie mal das Hm Ja Na gut Und ja Mit diesem neuen Schwert Ende ich jetzt diese Episode Und wir sehen uns nächstes Mal Leute Bis dann